mit blumen legt man immer richtig und nette bereichen ja absolut also und hier müssen sie nicht deutsch sein also sie es ist nicht die frau kaufen dass es nicht die aufmerksam aufmerksamkeit kaufen die blumen das sind die blumen das wirklich der frau zu zeigen ist besonders wenn das eine russische oder ukrainische frau du bist mir wert ich ich bin von dir von fasziniert einfach blumen mehr nicht also sie brauchen auch keine karten schreiben und wirklich nichts sagen einfach blumen dass das bewirkt wunder karl schreibt versprechen jetzt oft und geschenken reisen blumen von geld unterscheidet sich den russischen frauen von europäischen frauen bezug auf gefühle liebe und beziehung karl ist hier unterscheidet sich nichts nur der der weg zu den zu den ukrainischen russischen frauen ist ein bisschen anders weil die blumen das ist das ist kein großes geld das ist wirklich also sprechen nicht von iphone 12 besprechen von blumen aber durch dadurch zeigen sie ich mag dich und ich bin bereit mit dir zusammen zu sein erstens und zweitens du bist eine frau wir sind keine partner wir sind gleichberechtigt aber du bist eine frau ich bin ein mann du bist mein mädchen und ich möchte dich ganz gern verwirren ich bin einame es ist nicht